Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 25 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 500 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017